Die ersten vier Schritte Ein Gripwein nach rechts Den rechten Fuß zur Seite Den linken hinter den rechten Den rechten Fuß zur Seite Und den linken an den rechten ran Noch einmal den Gripwein Eins, zwei, drei, vier Die nächsten vier Schritte Wir nehmen die linke Fußspitze Und drehen sie nach links Wieder zurück Nach links Und wieder zurück Noch einmal Eins, zwei, drei, vier Und alles von vorn Eins, zwei, drei, vier Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.